Hallo und herzlich willkommen bei unserem heutigen Tutorial. Heute geht es um einen ganz speziellen Aufgabentyp, wo einem die Methode der Ersatzspannungsquelle total hilfreich ist. Dieses Aufgabenbeispiel hier, da geht es um die sogenannte Leistungsanpassung. Hier ist also gefragt, wie groß muss der Widerstand F4 sein, damit in ihm die maximal mögliche Leistung umgesetzt wird. Wir haben hier auf der linken Seite eine ideale Stromquelle und hier so ein Netzwerk, das sieht so aus wie eine Brückenschaltung. Hier ist jetzt aber nach dem Widerstand F4 gefragt und nicht, wie das sonst üblich ist, nach diesem Widerstand. Dafür gibt es ein ganz tolles Rezept und das geht folgendermaßen. Zunächst erstmal nehmen wir den Widerstand, um den es geht, raus. Dann bilden wir bezüglich der restlichen verbleibenden Schaltung und zwar bezüglich der Klemmen B und A eine Ersatzspannungsquelle. Und dann, wenn wir das gemacht haben, gehen wir wieder hin, fügen den Widerstand F4 wieder ein und können dann alle weiteren Fragen total einfach beantworten. So, also von hier nach hier ist also der Widerstand F4 herausgenommen worden. Die Klemmen, die kann man selber benennen, hier zum Beispiel mit B und A. Das hat den Sinn, dass man dann von den Fallkonventionen her auch alles richtig machen wird. Im nächsten Schritt bilden wir jetzt die Ersatzspannungsquelle. Die Ersatzspannungsquelle besteht ihrerseits wieder aus mehreren Schritten, wenn man die bilden will. Das heißt, wir müssen jetzt hier uns nochmal speziell das Rezept anschauen für die Bildung der Ersatzspannungsquelle. Die Bildung einer Ersatzspannungsquelle umfasst immer zwei Schritte. Zunächst einmal die Bildung des Innenwiderstandes bezüglich der Klemmen, in diesem Fall hier A und B oder 1 und 1 Strich oder 1 und 2. Und im zweiten Schritt muss die Leerlaufspannung der ursprünglichen Schaltung bestimmt werden. Das macht man deswegen, weil die Leerlaufspannung ist identisch mit der Spannung O0, der Ersatzspannungsquelle, die wir bilden werden. Zurück noch einmal zu der Bildung des Innenwiderstandes RI. Wenn man den Innenwiderstand RI bildet, geht man hin und schaltet alle Quellen aus. Für die Spannungsquelle bedeutet das, da die Spannungsquelle einen Innenwiderstand von 0 Ohm hat, dass man an die Stelle eine durchgezogene Linie, also eine elektrische Leitung zeichnet und im Falle einer Stromquelle, da ist das ja total anders, die hat ja einen unendlich hohen Innenwiderstand. An der Stelle ist dann, wenn man die Stromquelle ausgeschaltet hat, einfach nichts. Hier ist also Luft. Der Widerstand ist also unendlich groß. Wir machen das jetzt mal hier bei unserer Schaltung. Wir schalten also die Stromquelle aus und dann haben wir dieses Netzwerk übrig. Wir sehen also, wo vorher die Stromquelle gewesen ist, befindet sich jetzt nichts. Damit wir jetzt die Widerstände hier sauber handhaben können, habe ich die einmal ein bisschen farblich gekennzeichnet. Und jetzt ziehen wir einmal an den Klemmen A und B und ziehen das Netzwerk so ein bisschen gerade, um zu sehen, was liegt in Reihe und was ist wozu parallel. Dann können wir also sehen, R1 liegt in Reihe mit R3, parallel dazu liegt R5 und dieses Konstrukt liegt in Reihe mit diesem hellblauen Widerstand R2. Der Innenwiderstand Ri berechnet sich dann 40 Ohm. Wir können dann hier für unsere Ersatzspannungsquelle also schon mal notieren, der Innenwiderstand Ri beträgt 40 Ohm. Bei einer realen Spannungsquelle liegt ja der Widerstand immer in Reihe mit der eigentlichen Spannungsquelle. Wie groß ist nun die Leerlaufspannung UL? Die Leerlaufspannung UL liegt hier zwischen den Klemmen B und A an und wie man hier sieht, ist dies gleich der Summe aus U5 und U2. Wenn man da noch nicht so ganz sicher ist, kann man natürlich auch erstmal eine Masche formulieren und kommt dann auch zu der Erkenntnis, dass UL gleich U2 plus U5 ist. Wie groß ist nun die Spannung U2? Da hilft uns das Ohmsche Gesetz weiter. U2 ist gleich R2 mal IQ. Warum IQ? Der Quellstrom IQ fließt hier rein, teilt sich einem Knoten auf in zwei Ströme und fließt dann hier an dem Knoten wieder zusammen und kommt dann wieder unverändert als IQ heraus und fließt also in den Widerstand 2 hinein. So bekommen wir dann U2 gleich R2 mal IQ gibt dann 16 Volt. Jetzt brauchen wir noch die Spannung U5. In die Spannung U5 fließt der Strom I35 hinein. Den Strom I35 bekommen wir mithilfe der Stromteilerregel mithilfe dieser Gleichung. Also I35 ist gleich der Gesamtstrom IQ, der hier oben ankommt. Der Strom teilt sich hier an diesem Knoten auf und zwar gemäß der Gleichung IQ mal R1. Wir gucken also hier also in den gegenüberliegenden Zweig. Deswegen steht R1 hier im Zähler, dividiert durch alle beteiligten Widerstände, also R1 plus R3 plus R5. So bekommen wir 0,1 Ampere für I35. Das macht an der Stelle auch immer mal Sinn, mit einem halben Auge hinzugucken, ob es dieser relativ kleine Strom, den wir bekommen, Sinn macht. Ja, das macht deswegen Sinn, weil nämlich hier in diesem Zweig, wo I35 hindurch fließt, der Widerstand relativ groß ist, verhältnismäßig zu dem Widerstand in dem parallelen Zweig. Gut, jetzt brauchen wir also nur noch die Spannung U5. Die berechnet sich aus R5 mal I35 und das gibt dann 6 Volt. Jetzt können wir die Summe bilden aus U2 und U5, gibt unsere Leerlaufspannung UL und die ist 22 Volt. Dieses Ergebnis schreiben wir dann hier an unsere Ersatzspannungsquelle dran. So, jetzt haben wir also dieses Rezept hier abgearbeitet und kehren jetzt mal zurück zu der eigentlichen Aufgabe. Wir haben also hier unsere Ersatzspannungsquelle gebildet und jetzt können wir also hingehen gemäß diesem Rezept Punkt 3, dass wir den Verbraucher, also hier heißt der R4, wieder an die Klemmen A und B anbringen. Dann haben wir hier diesen geschlossenen Stromkreislauf und die Frage war ja gewesen in der ursprünglichen Frage, wie groß muss jetzt R4 sein, damit in R4 die maximal mögliche Leistung umgesetzt wird. Das ist einfach mit dem Zusammenhang R4 gleich RI beantwortet. Warum das so ist, lässt sich jetzt nicht so in einem Satz erklären, dafür gibt es dann nochmal ein separates Video. Also R4 ist genauso groß wie RI, nämlich 40 Ohm. Damit lässt sich dann jetzt auch ganz einfach die in R4 umgesetzte Leistung ermitteln, nämlich entweder mit P gleich U mal I oder wenn man hier das Ohmsche Gesetz einsetzt, einmal nach I, einmal nach U umgestellt, da haben wir I² mal R gleich U² durch R. Dies U² durch R ist hier angesagt, das zu verwenden, weil die Spannung, die über R4 abfällt, ist ja genau halb so groß wie die Spannung, die durch die Quelle generiert wird, also die Hälfte von 22 Volt. Also die anliegenden 22 Volt fallen ja jeweils zur Hälfte über RI und über R4 ab, deswegen haben wir hier für U4 11 Volt und dann errechnet sich die Leistung, die in dem Widerstand F4 umgesetzt wird durch 11 Volt zum Quadrat, dividiert durch 40 Ohm, gibt 3,025 Watt. Ja, damit ist diese Aufgabe vollständig beantwortet. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas weiterhelfen. Also diese Methode der Ersatzspannungsquelle ist wirklich eine ganz super Sache, um so Netzwerke, die man jetzt nicht so trivial lösen kann, sauber durchzurechnen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen, eventuell auch über ein Abo von euch und ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Erfolg beim Lernen und würde mich freuen, euch dann später einmal bei einem anderen Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin erstmal alles Gute und Tschüss!